Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei euren Krangus und einer weiteren Episode Crash Bandicoot 2 Cortex schlägt zurück Ja, wir haben noch einiges zu tun hier und deswegen labern wir nicht viel rum und gehen gleich mal in den nächsten Warp Room Letzte Episode hatten wir ja noch den MrGamerKeks beiseite oder hatten wir den noch da? Ich weiß es jetzt nicht Ob, ich denke, ja, ich glaube er war letzte Episode noch mit dabei, aber auf jeden Fall ist er jetzt nicht mehr mit dabei und Wird demnächst aber wieder zu sehen sein oder, ich klatsche natürlich vor diesem Fall, was natürlich auch eine viel bessere Alternative ist, ne? Nee, ich wollte sagen, oder was sein könnte, da werdet ihr dann vielleicht auch mal drauf aufmerksam gemacht Ähm, der MrGamerKeks fängt wieder an, ich muss ja hier auch mal die Werbetrommel rühren, ne? Es wird so viel Werbung für mich Böser, dummer Fall Nee, es wird so viel Werbung für mich gemacht von Let's Playern, von Promotion und so weiter Äh, da kann ich auch mal Werbung machen, denn der MrGamerKeks fängt demnächst auch wieder an zu Let's Playen Und ich denke, ich werde ja auch ein bisschen immer in irgendeiner Weise des öfteren Mal eine Rolle spielen, beziehungsweise in einem oder anderen Let's Play vielleicht mal auftauchen Das werdet ihr sehen können Wenn ich da richtig informiert bin Bin ich gerade eben mal wieder ins Wasser gefallen und dann bin ich tatsächlich zu Eis gefroren Was mich aber interessiert, wenn ich jetzt zu Eis werde, warum wird dieser dumme Eisbär nicht zu Eis? Weil es vielleicht ein Eisbär ist, ich weiß es nicht Ne, äh, nach meinen Informationen wird er als nächstes Oder als Er hat ja die alten Videos, die er damals hatte, hat er gelöscht Er hat ja schon mal angefangen mit Skyrim damals Und die hat er jetzt aber gelöscht und hat glaube ich nur noch Das 100 Abos Special von mir auf seinem Kanal Und das Intro, was ich damals mal für ihn erstellt habe Was er jetzt aber nicht unbedingt braucht, weil als Display und Intro finde ich so ziemlich schwachsinnig Ob er es macht, weiß ich nicht Ähm, auf jeden Fall Nach meinen Informationen will er als erstes neues Projekt jetzt Dishonored anfangen Und Dishonored ist ein ziemlich geiles Spiel, was Arcane Studios dahin gezaubert hat Und von daher, wenn ihr das gut kommentiert, kann das doch auch mal was werden Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann beim GamerKeks ablaufen wird Aber ich sollte mich nicht so auf den GamerKeks konzentrieren Ich sollte mich mehr auf Mein Let's Player konzentrieren Und dass ich hier keine Scheiße mehr baue Das ist ja wichtiger Bevor es beim Let's Player auch mal wichtig ist, Scheiße zu bauen Ne, das zeigt einfach mal Man ist auch nur Mensch, man macht nicht alles perfekt Unter anderem könnte man es ja auch so sehen, dass wir Let's Player die Let's Plays gerade auch deswegen machen Weil man kennt diese Lage Ne, man kommt nicht weiter bei... Alter, das wird ja immer schlimmer hier Man kommt nicht weiter beim Spiel Rastet aus, weiß nicht, wie es weitergeht und so weiter, ne Und dann Guckt man im Internet am besten einfach nach so einem Let's Play Das ist doch die beste Möglichkeit Um dann zu schauen, wie ich bei einer Bestimmten Situation nun Vorgehen muss oder wie ich da weiterkomme, ne Da eignen sich Let's Plays super für Und, oh, das wird immer Schlimmer hier Ich möchte bitte raus aus dieser Welt Dankeschön, dass meine Bitte erhört wurde Das finde ich extrem schön So, wenn ich jetzt Pech habe Passiert genau das Okay, ich lasse das lieber, ne Ich halte mich da raus und Eventuell werde ich dieses Ding da Was ich jetzt machen wollte Da gab es bestimmt irgendein Bonuslevel oder so Das werde ich mich Dann später mit beschäftigen Aber jetzt nicht, ne Wir wollen ja erstmal Das Spiel ein bisschen durch Suchten Ohne, dass wir hier Möglichst sterben Und keine Angst, falls ihr jetzt sagt Hier, äh, Krangus, du vergisst in einer Welt Oder Ich glaube, es war sogar, dass ich Edelsteine sammeln muss Also Das sind jetzt Ne, das sind jetzt Edelsteine Und es gibt noch solche weißen Rubiner Die musste ich, glaube ich, auch noch sammeln Falls Ich die dann sammeln muss Ja, dann werden wir halt mal In die Level zurückreisen In die Level Und Das soll jetzt aber noch nicht Unser Problem sein Wir spielen erstmal so weit Wir kommen hier Wenn wir dann noch Irgendwelche anderen Steine brauchen Werden wir das merken Und schauen mal Im vergangenen Level So Das war jetzt also das Level Beer down Jetzt kommt Seaver Seaver Or later Or later heißt Oder später Und Seaver Keine Ahnung Werden wir wahrscheinlich Innerhalb des Levels Irgendwie mitbekommen Wie das halt so ist, ne Ach ja Wir sind wieder In den Kanälen In den Kanälen sind wir wieder Und Werden gegrillt Natürlich Eine neue Art von Gegner Das ist doch auch mal Was schönes Ich meine den Gegner An sich jetzt nicht Der ist nicht unbedingt schön Aber dass wir einen neuen Gegner haben Das ist schön Und dass wir sterben Das ist nicht schön Aber was weiterhin schön ist Oder auch schön ist Diese Let's Plays Oder gerade jetzt Dieses Let's Play Was ihr hier seht Ist einigermaßen aktuell Ne Das ist jetzt Hm Vor drei Tagen Habe ich das aufgenommen Ist einfach daher Diese ganzen Vorprüfungskram Hat mir wirklich So viel Zeit gekostet Also man muss ja lernen Vorprüfung lernen Ist klar Prüfung lernen Ist sowieso klar Und Deswegen hatte ich nicht Wirklich Zeit Jetzt zu Let's Playen Und habe das jetzt Erst vor drei Tagen Habe ich Angefangen Die Let's Plays Für die Woche Die jetzt ist Für die aktuelle Woche Jetzt aufzunehmen Deswegen ist das Let's Play Ein bisschen Aktueller Und wir können auch Über aktuelle Themen reden Aktuelle Themen Was wäre das denn Dass ich Diesen Typ da weghau Das wäre zum Beispiel Brand aktuell Oder der neue Papst Natürlich Der neue Papst Franziskus Der Erste Ja Meine persönliche Meinung ist Dass ich gerade mal wieder Gestorben bin Aber Naja Ne meine Meine persönliche Meinung Zu diesem Papst Ja Es mögen ihn jetzt Alle sympathisch finden Das möchte ich ihm ja auch Gar nicht irgendwie Absagen oder Aber meiner persönlichen Meinung nach Wird sich in der Kirche Nicht viel ändern Es glauben ja jetzt Alle oder viele glauben Neuer Papst Neues Glück Es wird sich vieles ändern In der katholischen Kirche Und ich sage euch Es wird sich Ein Scheißdreck ändern In der katholischen Kirche Die Leute in der Kirche Waren einfach schon immer so Es ist ihr Glaube Wer jetzt glaubt Dass die Kirche jetzt Irgendwie revolutioniert wird Weil er ein neuer Papst ist Der total sympathisch ist Der wird dann wohl Leider enttäuscht werden Denn so nett Der liebe Mann auch ist Wird sich Im Glaube der Kirche Oder so Nichts ändern Denn es ist nun mal Ja wie es schon Wie es schon eigentlich sagt Ne Es ist ihr Glaube Und Du kannst ja auch nicht Zum Buddhisten oder so gehen Und Wirst dann das ganze Glaubensbild Umschmeißen Deswegen Wird der Papst Auch nicht viel daran ändern können Komm Doch her Genau Genau so ist gut Da drüben ist ein Checkpoint Und ein Uka Uka Den muss ich noch bekommen Nein komm Oh ja Das war jetzt Sau knapp Sau mäßig knapp Und hier haben wir Kein Bonus Level Woran das jetzt liegt Weiß ich nicht Wahrscheinlich Habe ich da irgendeine Kiste Oder ähnliches verloren Vergessen Verlieben Verloren Vergessen Verzeihen Verdammt war ich glücklich Du dummes fette Schwein So töte ich den also Das war richtig Wisst ihr was mir aufgefallen ist Oder was ich ihnen Durch Recherche im Internet Rausgerufen habe Ihr kennt doch sicherlich Alle Ach hier ist ein Bonus Level Ihr kennt doch sicherlich Alle oder viele von euch Kennen Madagaskar Jetzt habe ich natürlich Scheiße gebaut Madagaskar kennen viele Und dieser King Julian Dieses nette kleine Keine Ahnung Ich weiß jetzt nicht mehr Was er ist Auf jeden Fall ist er Ziemlich lustig Und der hat tatsächlich Oder Synchronsprecher Der King Julian spricht Ist derselbe Synchronsprecher Synchronsprecher Äh wie der Der Cell Gespielt hat Also für die Die es nicht wissen Cell Ist ein Charakter Aus Dragon Ball Z Und das fand ich Das ist ja Schön Äh Das mal zu wissen Denn Ach da komme ich lang Denn Die Synchronsprecher Also Ihr könnt mir erzählen Was ihr wollt Wenn ihr jetzt King Julian hört Und ihr erzählt Cell Von Dragon Ball Da glaubst du niemand Da glaubt ihr niemand Wenn du sagst Pass auf Das sind die selben Synchronsprecher Das ist derselbe Synchronsprecher Glaubt ihr kein Mensch Aber es ist so Und die Synchronsprecher Die sowas hinkriegen Finde ich absolut genial Sowas musst du mal hinkriegen Ne Dass du tot bist Und dann kein Leben mehr hast Das musst du immer hinkriegen Ne wirklich Charaktere so Unterschiedlich zu sprechen Das ist schon Daran merkt man Auch immer Die Qualität Eines Synchronsprechers Ne Dass er halt viele Sachen Auch machen kann Und Ja Soviel nur dazu Nur so Sozusagen Unnützes Wissen Das hatte ich Ich weiß nicht warum Ich glaube weil Ich dachte Bei den Synchronsprecher Von King Julian Dachte ich Dass das jemand anderes Macht Und habe die ganze Geschichte Daraufhin gegoogelt Und Dann bin ich Darauf aufmerksam Geworden Dass das Tatsächlich Ähm Ja Dass das Dass derselbe Synchronsprecher Ist wie der Cell Von Dragon Ball Und jetzt noch einmal Ach so macht man das Super Komm mal her du Und noch Einmal Okay ich muss noch ein bisschen Weiter vor So So wunderbar Mensch Ist das doch Kein Problem Das wird jetzt natürlich ein Problem Oder Nö Doch das könnte ein Problem werden Jetzt Mächtlich großes Problem sogar Ja okay Wir haben jetzt den Uka Uka Verloren Das ist blöd Aber Letztendlich Ne da gehe ich nicht lang Ich nehme den anderen Weg Letztendlich ging es nicht anders Und wir mussten Uka Uka Aufs Spiel setzen Hallo Das war unfair Das ist blöd Und unfair Und so weiter Cool Jetzt sind wir hier Das ist ja auch nicht mehr So weit entfernt Von Da wo wir gerade eben waren Jetzt wissen wir immerhin Dass wir den hier Davor schießen können Wie bekloppt Und ja Und Noch einmal Super Übrigens habe ich immer noch Keine Rückmeldung bekommen Wie ihr denn nun Das findet Wenn ich mit den Gamer Keks Zusammen mache Wie die Qualität ist Und so weiter Aber das ist ja auch Egal Ne Muss ich das so akzeptieren So hinnehmen Wie auch immer Der wollte schon wieder anfangen Die dumme Sau Spring doch Dankeschön Ich wollte schon sagen Dankeschön Spyro So und hier ist das Ende der Welt Fluch der Karibik Am Ende der Welt Das war doch auch mal So ein Teil von Obwohl ich sagen muss Und 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 Ja nur da Dann werden wir uns In der nächsten Episode Mal wieder In der Welt Seaver Or later Sehen Von daher Ciao Schönen Nachmittag Lasst euch nicht so verarschen Von euren Spielen So wie ich gerade Hier in diesem Level Ich sag Ciao Euer Krangus Ich sag